Und mein Moinsen zum mittlerweile jetzt ausgekoppelten langen Spielfazit nach dem Spiel, ausgekoppelt im Sinne von, ja, nicht mehr im Video drin mit Audio-Vlog, Vlog, ne, daraus ein bisschen ausgekoppelt, vorneweg, absoluter Wahnsinn, der absolute Vollwahnsinn, was ein Spiel und was für eine Leistung, aber von Beginn an habe ich da Stichpunkte vor mir, auch diesmal einige Stichpunkte vor mir, deswegen glaube ich, es lohnt sich auf jeden Fall, das hier auch auszukoppeln vom Stadion-Vlog, das ist ja jahrhundertelang das ganze Ding. Nummer eins muss man auch ganz klar klagen, fangen wir ganz früh an, Anreize zum Stadion, Anreize dahin, es war schon echt ein krasses Polizeiaufkommen, so puh, also das muss man schon echt sagen, Risikospiel hin oder her, also der Status-Risikospiel hin oder her, Autos noch und nöcher, also Polizeiautos natürlich gemeint, Wasserwerfer, Polizisten, Polizistinnen, unfassbar viele, einmal auf dem Weg zur Kurve, sah es auch aus wie eine Blockade, bin auch mit dem Kollegen auch kurz stehen geblieben, weil ich dachte, okay, wir kommen jetzt hier eh nicht durch, sah aber nur so aus, war keine Blockade, sondern sah nur so aus, weil einfach so riesengroße Gruppenkreise an Polizisten aufeinander rumstanden, dass es so gewirkt hat wie eine Blockade, man konnte da ganz normal durchlaufen, das war, das war schon, das war schon krass, also schon auch irgendwie ein komisches Gefühl, muss ich sagen, dieses Aufkommen, auch die Formen, wie da waren, bewaffnet waren, wie auch immer, hab da einen ganz passenden Satz gelesen auf Twitter, ja, nach dem Motto, Sicherheit beginnt beim Maschinengewehr, weil irgendwie vom Gefühl her ist das ein bisschen anders, also ich, keine Ahnung, hab mich dadurch nicht unbedingt sicherer gefühlt, eher das Gegenteil, gab ja auch eine kleine Geschichte bei den Ultras, wurde auch ein bisschen was zu berichtet, muss ich auch hier sowieso sagen, dass ich da nicht seriös drauf eingehen kann, war nicht dabei, hab's nicht mitbekommen, wurde wohl gepöbelt von Ultras aus, Richtung Polizei, dann wurde festgehalten, ich glaub, die hatten irgendwas vorm Spiel, hier hieß es immer irgendwie, elf Fans wurden festgehalten, noch eben dann bis zum Spielende und so Geschichten, generell ja brutal schweres Thema, hatten wir jetzt auch mit dem Auswärtsblock bei Hannover, ähm, das Thema, ich sag mal, Fans oder Ultras gegen Polizei, so, da ist nie eine Seite 100% unschuldig, aber natürlich auch oft eine Seite, Polizei, andere Seite, wie auch immer, mal drüber, ähm, ja, kannst du nie vollständig bewerten, kannst du auch leider halt nie vollständig auch dann nachvollziehen und eben auch dann irgendwie ermitteln oder halt, ja, Schlüsse draus ziehen in so Geschichten, deswegen schweres Thema, das wird auch ich hier in dem Spielfazit, ähm, ja, nicht beenden das Thema, nicht die Lösung finden, dass alle Heilmittel finden bei dem Thema und auch natürlich hier deutlich positivere Dinge, ähm, anzusprechen, gab auch im Stadion deswegen keine, also die ersten fünf Minuten keinen Support, deswegen, ähm, hat der Kapu unten ein bisschen was gesagt dazu, ganz gut, hat auch gesagt, tut mir leid auch für die Fans und so, aber wir wollen ein Zeichen setzen, muss jeder wissen, ähm, ob das nötig war oder nicht das Zeichen, ähm, ja, dann eben der Klassiker gegen Dortmund und gegen Klubs wie Bayern Dortmund und sowas, typisch natürlich überall in jedem fucking Stadionbereich sitzt irgendwas Gelbes rum, ja, ist halt die Frage, ne, nimmt irgendwer seinen Kollegen mit, dann finde ich es auch irgendwie halbwegs okay, haben die Mitgliedsaccounts, die BVB-Fans und haben dann halt irgendwie Glück und können uns Karten wegkaufen, geben Leute ihre Dauerkarten da weiter, verkaufen Leute ihre Tickets teurer an irgendeinen Dortmund-Fans oder an halt so riesen Club-Fans wie Bayern und so Geschichten, ja, trotzdem ist man halt schon irgendwie ein bisschen nervig, muss man ja auch ganz ehrlich zugeben, so, ähm, sind stark reingekommen ins Spiel, keine hundertprozentigen, keine kompletten hundertprozentigen dabei gewesen, sag ich mal und dann geiler, scharfer Ball vorne rein und da wird gefoult, klare Geschichte, also auch aus unserem Blickwinkel von der Kurve von hinten aufs hintere Tor ist das auch sehr, sehr deutlich aus tatsächlich, ähm, ja, und dann halt Thema Elfmeter, wollte mich verarschen, das war so, das war, das war das Gefühl, dritter Bundesliga-Elfmeter in Folge verschossen, drei verschiedene Schützen, komplett bescheuert und eben auch dann in dem Moment natürlich auch, einmal wäre es Anschluss gewesen gegen Hoffenheim, zweimal wäre es eine Führung gewesen in Heidenheim und es gegen BVB, so kannst du und hast du in den letzten Spielen vielleicht auch natürlich, ja, dein Spielverlauf, dein Spielglück, wie auch immer, in gewisser Weise selber killen, wenn du halt solche Riesenchancen einfach, ja, nicht nutzt, einfach zu doof bist dafür, ganz simpel gesagt, natürlich auch Kobel-Helten auch ganz klar, Ex-Keeper, generell gutes Spiel gemacht, ähm, Krieger Kobel, ähm, und auch da habe ich auch gelesen beim Kicker, die erste Elfmeter-Parade von dem Dortmund-Torhüter, damals war es Weidenfeller vor zehn Jahren und die erste passiert danach natürlich bei uns, auch wieder so die Klassiker oder gegen uns, ähm, auch wieder die Klassiker irgendwie, ähm, aber hat am Ende des Tages halt auch nichts geändert, auch in der ersten Halbzeit nichts geändert, wir haben Dortmund hergespielt, es ist unglaublich, wir haben die hergespielt, Chancenwucher hat sie wieder komplett eingeschlichen, leider, jetzt auch schon seit ein paar Spielen, hab mal kurz aufgeschrieben gehabt, mach ja schon während dem Spiel immer wieder Notizen so, 9 zu 0 Torschüsse waren das nach einer halben Stunde, nach 30 Minuten, 9 zu 0, muss ich auch kurz sagen, weil ich auf dem auch oft rumhack, generell muss man sagen, auf das gesamte Spiel gesehen, waren alle bockstark, ne, alle bockstark, ist gar keine jetzt irgendwie krass irgendwie hervorzuheben oder halt ein bisschen schlechter quasi nicht hervorzuheben mit dem Vergleich zu anderen Leuten, aber weil ich auf dem gerne mal ein bisschen rumhack, Leveling fand ich echt in Ordnung heute, fand ich echt sehr in Ordnung, auch diese Positionen mäßig, so ein bisschen Wingback mäßig da auf rechts, war ganz gut in Kaufbälle, in Tempo, ich meine, wir haben ihn halt als Stürmer, als Flügelstürmer verpflichtet, ausgeliehen, und da muss man echt sagen, vom Tor ist er halt echt noch schon krass blind, also bei vielen sehen auch heute wieder, aber in Sachen Defensive, ein bisschen Wingback-Positionen mäßig, haben wir heute auch so ein 3-4-2-1 gespielt, sag ich mal, mit Middelschat auf links und so, also auch eine interessante Variante und auch schön zu sehen, dass auch die Variante, auch eine neue Idee, auch eine neue taktische Idee von Hoeneß sofort brillant aufgeht, auch ein super gutes Zeichen für uns als Mannschaft, und da eben neben dem hervorzuheben, das war auf jeden Fall wahrscheinlich oder sicher sein bestes Spiel im VfB-Trikot bisher, vielleicht auf der Position echt was, auch mit Zukunft, sag ich mal, vom BVB kam nichts, wirklich nichts, bis dann eben zum 0-1. Das ist so ein klassischer Fall von, das Top-Team und am Ende zählen die Tore, am Ende zählt das Ergebnis, außen nichts, 0-1, erste Aktion, das war so typisch, aber der Ausgleich kam dann eben, auch wieder einfach geil rausgespielt, ein langer Ball auf Leving, ich müsste, glaube ich, Ito gewesen sein, bin ganz sicher, auch kurz vor Abseits, auch perfekter Abspielzeitpunkt dann, der legt ihn auch top rüber auf Undaf, haut ihn rein aus kurzer Distanz, 1-1 vor der Halbzeit, Adeyemi zur Halbzeit raus, der war auch, würde ich schon sagen, gut auf Gelb-Rot-Weg, dann in Richtung Halbzeitpause, also clever von Terzisch den rauszunehmen, da auch zu einer Halbzeit schon Wahnsinn Statistiken, nur die Führung hat halt gefehlt, was ich auch hier sagen muss, wenn man Stuttgart kommt, wir haben Paradise City nach dem Abpfiff, so ein paar Songs, die ich geil finde im Stadion, aber Last Resort zu ballern, bevor die zweite Halbzeit anfängt, finde ich auch mal sehr, sehr geil, es schiebt schon nochmal richtig gut an und muss man auch sagen, die zweite Halbzeit ging ja genauso weiter, die ging genau so weiter, so, wir haben eine Riesenchance von Führig unter anderem, wir werden zu 100% auch ein paar andere Chancen rauslassen, ne, ist ja ganz klar, aber das ist hier direkt quasi aus dem Affekt oder nach dem Spiel raus, wir werden ein paar Geschichten nicht mit drin haben, ein paar Chancen mit drin haben, aber die Führig-Ding ist mir im Kopf geblieben, weil halt so dermaßen groß war die Chance und gegen Hoffenheim hat er quasi aus der gleichen Lage das Ding schon reingemacht, also auch wieder Chancenwucher wie sonst was und da habe ich mir dann auch das erste Mal in die Notiz reingeschrieben, habe es ja auch vor dem Spiel gesagt quasi, wie viel Träumen ist erlaubt, auch schon in den Vorberichten gesagt, wie viel Träumen ist erlaubt und da habe ich mir reingeschrieben, es ist auf jeden Fall Träumen erlaubt, weil diese Leistung einfach so dermaßen gut war, eine unfassbare Leistung im Kollektiv, wie gerade angesprochen, da fällt keiner ab, BVB war auch sichtlich genervt davon, so ein paar, ja, einfach so ein bisschen körpersprachemäßig würde ich sagen, schon auch genervt davon, wie unterlegen die hier in Stuttgart waren, so ganz einfach gesagt, Stimmung, kam ich bisher noch gar nicht drauf zu sprechen, aber natürlich hat es gescheppert, habe ich vor dem Spiel schon gesagt, war auch klar und bei so einem Spiel, bei so einer Leistung von der Mannschaft auf dem Platz, auch nochmal logischer, es hat komplett gescheppert, irgendwann auch sind fast 70% Ballbesitz über die Leinwand geflattert, mit ein paar Statistiken oben, auch kompletter Wahnsinn, muss ich sofort aufschreiben, das Ding und dann kamen Wagnermann und Gerasi rein, rund um die 65. Minute, da ging auch eine komplette Welle durchs Stadion, das war auch brutal, dass sie da hingelaufen sind Richtung Bankkampf schon der erste Zeit, weil eben Gerasi mit dabei war und der wird hier einfach abgöttisch gefeiert, so kann man es nicht anders sagen. Auf der Bank, Startelf quasi, wir, wo Stadionssprecher bringen den Vornamen, Zuschauer sagen den Nachnamen, komplett gefeiert, komplett abgöttisch gefeiert, frenetisch gefeiert, bei der Einwechslung genauso, das sind Gerasi-Schreie, Sprechchöre, als hätte er gerade ein Tor geschossen, nee, der ist gerade zur Bank gelaufen, nee, der steht auf dem Spielbogen drauf, nee, der wurde gerade eingewechselt, das ist komplett krass, aber halt eben natürlich logischerweise auch komplett begründet, muss man auch ganz klar sagen, komplett begründet und dann auch schon beim 1 zu 1 geschrieben, oder schon beim Stand von 1 zu 1 geschrieben, komplett, was ein geiles Erlebnis, was ein geiles Erlebnis in diesem Stadion, was ein geiles Erlebnis von diesem Gesamtspiel, so fand ich, wir hatten schon viele geile Erlebnisse logischerweise, wir waren auch schon bei zig, zig, zig Heimspielen, aber das fand ich schon heute im gesamten Ding, natürlich später 2 zu 1, wo ich noch drauf zu sprechen komme, aber im Gesamtgefühl, alles miteinander, jetzt mal das Polizeiding außen vor gelassen, ein unfassbar geiles Stadiongefühl, von Minute 1 bis Minute 90 durch, brennt komplett, das einzige Gefühl, was dann irgendwann da war, dann nach Gerasi-Anwechslung und so Geschichten und das Spiel weiter eben ein bisschen auch Richtung Abpfiff ging, so oft gesagt, also die Zeitfortschritt, war schon das Gefühl da, ja, 1 zu 1, ist gegen BVB auch grundsätzlich nicht schlecht, unsere Geschichten, aber wir sind heute schon so dermaßen gut, dass man sich halt dafür auch belohnen sollte. Und dann kam sie, 83. Minute, quasi genau das gleiche Foul, wieder Stalpass schön vorne rein, Silas Tempo, Kobel reißt ihn weg, da bleibt mir so ein bisschen das Fragezeichen übrig, warum der nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, hat er die erste Gelbe schon gesehen, für die erste Elfmeter-Foul-Szene, hat sie nicht bekommen, aber vielleicht gibt es irgendwelche Regelungen mit, keine Doppelbestrafung, was weiß ich warum, aber eigentlich kann es ihm zweimal Gelb geben, also vom Platz, gut, ist nicht passiert, Gerasi tritt an, Elfmeter-Fluch beendet und es bleibt dabei, der Typ ist zu krass, da ist eine Abgebrühtheit drin, so, auch null Druck an sich selbst ran gelassen, so der andere Aspekt, klar, Vorfreude ist da und er wird frenetisch gejubelt, aber, und er ist auch schon älter, hat die Erfahrung, hat das Standing, hat das Selbstbewusstsein, deswegen wird das nicht so viel auf ihn einwirken, aber vielleicht, wenn es auch nur ein kleiner Punkt ist, aber so ein bisschen, Druck ist dann schon auch da, weil es wird ganz doof gesagt, überspitzt formuliert, ist ja schon die Erwartungshaltung, ey, der feiert sein Comeback gegen Dortmund, boah, jetzt kommt er von der Bank, ey, der trifft jetzt bestimmt, sobald er kommt, ne, und dann hast du die Chance und kriegst dann der 83. diesen Elfmeter auf den Punkt gelegt, dein Mann hat davor drei Elfmeter am Stück verschossen und du musst den machen, da ist schon grundsätzlich, rein von dem Gedankengang, schon ein bisschen Druck drauf, den siehst du aber halt, weil es ist Ruhr-Gerasi nicht 0,0, ähm, eiskalt in die Ecke, da muss man auch sagen, Kobel hat die Ecke schon wieder gehabt, der hatte die wieder, aber zum Glück, oder, ja, doch, ich bleib beim zum Glück, eigentlich natürlich logischerweise eine Riesenqualität von Gerasi, ne, aber in dem Fall, zum Glück, ähm, war der halt einfach unhaltbar, der war unhaltbar geschossen, da kann er die Ecke noch so oft haben, wie er will, das Ding ist halt einfach drin, und bei den Toren muss man sagen, klar, Torjubel haben immer Eskalationsstufe, aber heute war auch eine gewisse, ja, Erlösung drin, eine richtige Wucht in diesen Jubeln drin, ist man teilweise einfach nur Schreie, statt in Anführungszeichen normaler Jubel, sag ich mal doof gesagt, wenn man versteht, was ich meine, weil beim ersten Tor, Chancenwucher, plus eben der Frust, dass du auf einmal hinten liegst, grundlos, unverdient wie sonst was, plus natürlich beim zweiten auch, zweite Halbzeit, kurz vor Schluss, eh in den 83, ist dann nochmal noch viel mehr Emotionen drin, aber eben auch wieder einfach die Erlösung, der Frust von diesen ganzen Chancenwucher, ist in diesen Torschreien einfach raus, fett raus, das war richtig geil, Dortmund wurde auch danach nicht gefährlich, klar, ein bisschen angelaufen, aber nicht wirklich gefährlich, dann war es Ding durch, 2 zu 1, am Ende stehen 4,39 zu 1,12 Expected Goals, da klar kann man ein bisschen relativieren, weil Nummer 1, beide Elfmeter sind jeweils 0,77 Ex-Goals, die halt die Werte nach oben schieben, den Ex-Goal-Wert, und bei Dortmund, ich meine das Ding war ja frei eingeschoben, aus was weiß ich, 3, 4, 5 Meter ins leere Tor, da wird der Expected Goals-Wert auch sehr hoch sein, das heißt, selbst mit der Relativierung, sag ich mal, mit dem ein bisschen außen vornehmen, selbst dann sind es und bleiben seit 2,5 bis 3 Tore Abstand drin, in diesem Wert allein schon, das ist komplett absurd, 22 zu 5 Torschüsse, mehr Kilometer gemacht, deutlich mehr Pässe, mehr Ballbesitz, Passquote besser, unglaublich, von Relegation gegen den HSV zu kompletter 90 Minuten Dominanz gegen Borussia Dortmund, in, ja, halben Jahr, fünf Monate, halbes Jahr, ist eine unfassbare Leistung, ist wirklich unfassbarer Respekt, riesen Respekt vor allen, die daran mitwirken, Hoeneß, Mannschaft, ne, die Geschichte, und auch klarerweise auch da, wie gesagt, für mich war es so ein bisschen aus dem Kopf raus, und passiert halt mal, aber von Grund auf schon auch, einfach eine Wahnsinnsreaktion auf das Spiel in Heidenheim, auch was da ein bisschen an Backlash kam, auch ein bisschen Fanunzufriedenheit nach dem Spiel, eine unglaubliche Reaktion da drauf, und gegen Dortmund gewinnst du zu Hause nicht so oft, letztes Mal 2017 müsste es ja gewesen sein, deswegen auch in irgendeiner Weise schon wahrscheinlich auch eine Art von historischem Spiel, was wir heute gesehen haben, das braucht alles 100% wieder, um zu verarbeiten, und das Ganze zu verarbeiten ist auch ganz klar, weil es war halt auch im positiven Sinne zu verarbeiten, wie gesagt, letzten Jahre hatten wir oft, dass wir es im negativen Sinne haben, damit klarkommen müssen, was wir da für eine Scheiße gesehen haben, aber heute auch wieder ein Verarbeiten von, das war einfach zu gut, so, das ist zu schön, um wahr zu sein, fertig, aus, was für ein VfB Stuttgart, was für eine Leistung, hochverdient, und auch da, ne, Thema hochverdient, das war auch so ein bisschen meine Quintessenz, dass es absurd war, wie hochverdient das hier war, und da, klar, von Hamann kannst du halten, was du willst, aber zumindest das Zitat fand ich jetzt geil, was natürlich auch, natürlich für uns ist das Zitat, der hat auch gesagt, hochverdient wäre heute ein Understatement, das war ein Klassenunterschied, das ist komplett geil das Zitat, ich liebe es komplett, dass so Zitate über uns gerade, ja, ausgesprochen werden, dass solche Zitate gerade fallen bei uns, da habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht, aber ist wahrscheinlich safe auch ganz oben dabei, in Sachen beste Leistung auf dem Platz, die ich im Stadion je gesehen habe von VfB, aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber nachdenken, um das 100% zu beantworten, sicher ist jetzt aktuell in der Tabelle, Platz 3 in der Länderspielpause, da kann uns keiner mehr überholen, 24 Punkte in 11 Spielen, immer noch kein Unentschieden, 8 Siege, 3 Hinterlagen, 24 Punkte in 11 Spielen, jetzt schon, gerade angesprochen, die Siege, mehr Siege geholt, nämlich 8 Stück, als letzte beiden ganzen Saisons, jeweils 7 Siege, nach 34 Spieltagen, jetzt sind es 8 nach 11, das ist, wir leben in einer Fabelwelt, aber die ist wunderschön, plus, Fabelwelt ist ja auch so ein bisschen, ne, Vorstellungskraft, dies, das, das ist, das fällt hier ja weg, diese Magie, sag ich mal in Anführungszeichen, fällt in dem Sinne weg, dass das ja nicht von irgend ungefähr kommt, was wir heute auch ganz klar gesehen haben, sondern dass es auch hoch verdient ist, wo wir da aktuell stehen, ne, auch ganz klar, ich habe mir ja schon auch einen Sieg erhofft, ne, habe jetzt noch vorsichtig auf Unentschieden getippt, hat natürlich beim Kicktipp auch keine Punkte gemacht, mit dem Spiel leider nicht genug getraut dann in dem Sinn, klar, Sieg erhofft, ähm, aber damit, wie gesagt, wie man Dortmund hier, ja, Thema Klassenunterschiedsmäßig besiegt, und das 2-1 ist ja eigentlich viel zu eng, es hätte auch 3-4-1 ausgehen können müssen, wie auch immer, das ist wirklich nur wow, das ist nur wow, es ist wunderschön, vor dem Spiel war die Frage, auch im Intro ein bisschen war die Frage, wie viel Träumen ist erlaubt, ich gehe auch da nicht, ähm, ja, auf Tabellenplätze und Hoffnungen, und hier und da jetzt immer noch, wir wollen immer noch nicht abheben, ich mache es auf diese witzige Art und Weise, ne, mit dieser dummen Form von Antwort, aber eben ein bisschen witzig gemeint, wie viel Träumen ist erlaubt, und die Frage wurde heute mit einem Ja beantwortet, ne, ganz doof gesagt, habe auch genug gesagt, würde ich sagen, bin trotzdem gewisserweise, obwohl ich jetzt hier viel und lang gelabert habe, gewisserweise immer noch mental, in der Aufnahme vom Spiel und so weiter, immer noch in gewisser Weise sprachlos, glaube ich verstehe, was ich damit meine, ähm, genau, habe es die ganze, wie gesagt, vorhin auch schon gesagt, für meine Zeitaufteilung, auch nach dem Spiel und so, was ich hier alles dann mache nach dem Spiel, ein bisschen getrennt, das heißt, Spielfazit direkt jetzt quasi, oder so schnell es geht halt eben, wie es mir möglich ist, nach dem Abpfiff, und danach habe ich ein bisschen mehr Zeit, für das Aufwendigere natürlich auch, Audio-Flog, Stadion-Flog, dies, das, kommt jetzt eben dann getrennt, und von euch wie immer gerne, jegliche Meinungen, alles in die Kommentare zu diesem Spiel, wie gerne auch immer, Like und Abo da lassen, ganz klar geschieht, da würde ich mich sehr drüber freuen, bei mir fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.